1. Fußball-Mega-WM 2022 Fußball-Serie Adier Tränger Kandidaten bei Juventus Sports, FIFA 19 Lester Profi wird FIFA Albtraum Das teilte der 55-Jährige zwei Tage vor dem letzten Saisonspiel gegen den HSC Montpellier mit, nachdem er mit um die Qualifikation für die Europa League vorzeitig verpasst hatte, der Franzose hatte den neumaligen Meister im Oktober 2016 übernommen. Der größten Erfolg in seiner Amtszeit fällt in die vergangene Saison, als er Marseille ins Endspiel der Europa League führte, dort aber Atletico Madrid unterlegen war, derzeit ein Gratis-Testen und internationale Fußball-Highlights live. Der größten Erfolg in der nächsten Saison, als er Marseille im Oktober 2016 übernommen.